To love, peace and freedom! Prost! To love, peace and freedom! Prost! Ein Glas für meine Brüder! Prost zurück von der Grenze! Ich hätte nie gedacht, als mein Jüngster zuerst erraten. Er war noch nicht fünf Jahre an der Grenze. Schwiegervater, gib mir eine Chance. Ich bin bereit. Ich habe so viele Ideen. Deine Kunstfaser dran. Genau da könnte neue Produktionsstätten für synthetische Spinnmassen entstehen. Deine Idee ist mutig. Gefällt mir. Die Schweiz will aktive Hilfe leisten. Sie kommen durchs Buchewald und haben Unvorstellbares erlebt. Geil, Märli und Propaganda. Wir Schweizerer sind halt auch nicht anders. Wir befürchten, das könnte sich eine vitale Nazi-Jungengrundbewegung formieren. Wir sitzen hier wie die Maren im Speck in den edelsten Hotels, Saufen Champagner. Ich kann euch Namen geben. Ich bin amerikanische Journalistin. Ich arbeite eng mit den amerikanischen Geheimdiensten, die uns für dieselben Leute interessieren. Der Frei, der ist in meinen Ermittlungen aufgetaucht. Inwiefern? Der Johann hat doch gewiss nicht mit Absicht den HC eingestellt. Wem gehört das investierte Geld? Ich will die Wahrheit und zwar jetzt! Und wir beherbergen die Leute auch wie Könige. Es geht um Millionen. Der Name sagt, sie hat den Schmuck der holländischen Familie. Er wäre ein Trüffelschwein der Nazis. Und was schaffst du, Karl und den Scholz zu überführen? Dann brauchst du doch nicht auch mehr und die Firma in Dreck zu ziehen. In Dreck zu ziehen. Es kann sein, dass ich und die Firma in eine wistere Sache geraten sind. Der Vater wäre so. Steht es auf euch. Brett!